Heute bauen wir eine richtig coole Micro-Interaction. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial an diesem Sonntag. Heute geht es mal wieder um JavaScript und wir werden ähnlich wie letzte Woche etwas mit Scrollen machen. Und zwar geht es darum, wenn wir runterscrollen, dass sich am Rand praktisch zeigt, wie weit wir gelesen haben. So etwas haben wir auf diesem Channel vor einiger Zeit schon mal gebaut. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Allerdings geht es jetzt darum, nicht nur zu zeigen, wie wir praktisch scrollen und wie weit wir auf dieser Seite gescrollt haben, sondern es geht darum, dass wir zeigen, wie weit wir innerhalb von Kapiteln und Unterkapiteln scrollen. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Blog schreibt und einen Beitrag schreibt mit mehreren Kapiteln und dort vielleicht Unterüberschriften, dass man die alle an der Seite auflistet und dort zeigt, wie weit man in diesen Bereichen gelesen hat. Dieses ganze Element praktisch, was wir heute bauen werden, stammt aus meiner Bachelor-Thesis. Dort habe ich das eingebaut, um ein Interface zu entwickeln. Und ja, das Ganze werden wir jetzt nachbauen. Los geht's! So und los geht's mit dem heutigen Tutorial. Das ist das, was wir heute machen werden. Und zwar seht ihr, wenn ich jetzt einfach mal scrolle, wie sich praktisch diese rechte Sidebar verändert und uns praktisch anzeigt, wie weit wir gescrollt haben. Ihr seht jetzt hier, wir haben Überschriften ersten Grades. Das ist Kapitel, das ist eine H2-Überschrift. Das sind praktisch immer diese Überschriften, die hier zu sehen sind. Und wenn wir hier, also das ist eine H4, wenn wir dann runterscrollen, ist das praktisch immer dieser Abschnitt. Und ihr seht jetzt ja, dass beide sich gleich bewegen. Also wenn ich runterscrolle, bewegen die sich gleich. Aber jetzt seht ihr, dass auf einmal der Absatz etwas schneller den Balken auffüllt als Kapitel 1. Und das ist schlicht und ergreifend so aufgebaut, dass wenn ich scrolle, dass es mir anzeigt, wie weit ich in den Unterkapiteln gelesen habe, mehr oder weniger. Und so kann ich praktisch hier auch hin und her scrollen, je nachdem, wo ich hin möchte. Zum Beispiel zu Kapitel 4, wieder zu Kapitel 1. Und das Ganze funktioniert halt wunderbar und ist ziemlich einfach nachzubauen. Das Ganze funktioniert, denke ich, eigentlich mit ziemlich jeder Technik, beziehungsweise jedem CMS-System. Also egal, ob ihr WordPress habt, das sollte damit auch ohne weiteres funktionieren. Aber auch andere CMS-Systeme sollten damit ohne weiteres abgedeckt werden. In unserem Beispiel passiert jetzt erstmal noch nicht viel. Und das werden wir jetzt mal angucken und das Ganze ein bisschen optimieren. Grundsätzlich geht es jetzt erstmal um unseren Server. Und unser Server mehr oder weniger, also der Effekt ist so aufgebaut, dass wir eine Index-HTML haben. In dieser befindet sich eine Navigation. Diese Navigation ist wie folgt aufgebaut. Und zwar haben wir hier ein Menü drin, ganz normal, mit Menü-Elementen. Einmal H2, also Headline H2 und Headline H4. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Menü-Ebenen, haben dann hier halt das drin, was halt später der Menü-Titel ist. Also zum Beispiel Kapitel 1, sollte halt später irgendwas Aussagekräftigeres sein. Und haben dann hier drum natürlich einen Link. Der führt zu einer ID mehr oder weniger, wo wir denn diesen Smooth-Scroll-Effekt hinzufügen können. Diesen werde ich in diesem Video jetzt nicht erklären. Wer den nachmachen möchte, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Video von mir, wo ich genau diesen Effekt im Detail erkläre. Und hier hinter befindet sich praktisch unser Span. Und dieser Span ist praktisch dieser Effekt, der Balken, der sich hier auffüllt. Also diese etwas bläuliche Balken. Das ist der Span, den wir jetzt praktisch mit JavaScript später einfach nur die Weite verändern. Je nachdem, wie weit wir gescrollt haben. Die restlichen Elemente hier wiederholen sich schlicht und ergreifend. Und diese Headlines, also diese beiden Klassen, haben nur Styling-Informationen. Was heißt, darüber wird über die CSS-Datei lediglich hier unten alles gestylt. Also das könnt ihr verändern, wie ihr wollt. Natürlich könnt ihr diese ganze Datei, dieses ganze Konstrukt im Git-Repository einfach downloaden. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten gehen wir jetzt mal weiter durch den Code. Und zwar das nächste, was wir haben, ist ein Main-Bereich. Das ist später einfach der Bereich, in dem unser Text ist. Dann haben wir ein Artikel. Da ist halt wirklich der richtige Text drin. Und dann haben wir immer auf derselben Ebene, ich habe das nur eingerückt, damit es ein bisschen übersichtlich ist, ist aber alles auf derselben Ebene. H2-Überschriften, H4-Überschriften und P-Text. Und theoretisch können hier auch Bilder drin sein, Listen drin sein. Das würde für euch keine Rolle spielen. Wichtig ist nur, dass jede dieser Überschriften, die ihr später benutzen möchtet, eine eindeutige ID hat. Das heißt, in diesem Fall heißen jetzt alle Kapitel 1, Absatz 1.1, weil das im ersten Kapitel ist 1. Aber theoretisch, wenn man hier später sowas haben würde, wie der Beginn einer Reise, dann sollte hier sowas drinstehen, wie der Beginn einer Reise zum Beispiel. Also so sollte es später in der realen Welt aussehen. Für unser Tutorial mache ich es jetzt mal ein bisschen einfacher. Hier reicht das völlig, wenn wir praktisch hier Absatz 1.1, Kapitel 1, dann Absatz 1.2 und hier das Kapitel 2. Dann Absatz 2.1 und so weiter. Das zieht sich jetzt einfach durch. Das ist alles einfach Copy-Paste, dass wir ein bisschen Text haben, mit dem wir arbeiten können. Das Ganze kann ich jetzt so abspeichern und schließen, weil hiermit machen wir nichts mehr. Die ganze Style-Geschichte hier in der Ecke ist relativ minimalistisch. Was heißt, ich style damit lediglich diese Sidebar hier. Da ist kein besonderer Aufwand oder sowas drin. Das Einzige, was wichtig ist, die einzelnen Menüpunkte, also das Menü-Item. Brauch Position Relative. Das ist sehr entscheidend, damit praktisch der Span mit Display Block zu einem Div-Element wird, beziehungsweise zu einem Block-Element wird und dass ich hier drin mit Position arbeiten kann. Und das ist halt sehr entscheidend, sodass ich praktisch den Balken später auf- und zumachen kann, indem ich nur die Weite verändere. Das heißt, ich definiere den Span so, dass der immer an der linken Seite sich befindet, so hoch ist, wie auch immer das Menü-Item ist. Also er ist so hoch, dadurch, dass ich Top und Bottom 0 gesetzt habe, wie auch das Menü-Item. Und ich kann dann mit der Weite einfach nur die Weite verändern. Und ob welche Farbe ihr wählt oder wie ihr praktisch den Link-Style, das ist ganz euch überlassen. Das könnt ihr anpassen und handhaben, wie ihr möchtet. Damit machen wir jetzt nämlich auch nichts mehr, deswegen kann ich das ausschließen. Und wir beschäftigen uns jetzt mit der Function-JS. Grundsätzlich brauchen wir für diese ganze Geschichte einmal die Function-JS und die jQuery-JS. Die sind halt beide, ups, ich scrolle mal mit dem Balken hier runter, sonst wäre mein Scorer zu sehr. Die sind beide ganz unten in unserer Index verlinkt. Das heißt, ihr müsst diese beiden Dateien verlinken. Und dann kann man auch schon loslegen. Hier drin befindet sich, wie gesagt, einfach ein Smooth-Scroll-Animation. Wie gesagt, die erkläre ich jetzt nicht weiter. Darauf bin ich in einem extra Video eingegangen. Wer das nachmachen möchte, kann das am besten durch das extra Video machen. So, das erste, was wir jetzt machen müssen, ist definieren, welche Headlines wir haben. Wenn ich hier jetzt reinklicke, einfach mal Element untersuchen und das Ganze ein bisschen runterziehe, dann sehen wir hier, dass unsere ganzen H2-Überschriften und H4-Überschriften, die wir hier haben, die sollen eine Klasse bekommen. Was heißt, es ist ganz wichtig, dass diese Elemente mit einer Klasse erkannt werden können. Weil es unterschiedliche Elemente sind, machen wir uns es damit etwas einfacher. Und das Ganze geht ziemlich simpel, indem ich einfach nur sage, Raute, also das jQuery-Zeichen, dass ich ein Element ansprechen möchte. H2, H4. Damit spreche ich halt diese beiden Arten von Elementen an. Und sage jetzt einfach Add Class. Und das, was ich jetzt hinzufügen möchte, ist die Klasse Headlines. Dann machen wir das Ganze mit einem Simikolon zu, speichern es, aktualisieren hier einmal. Und ihr seht jetzt ja schon, hier überall wurde jetzt die Klasse Headlines hinzugefügt. Und wir können jetzt mit dem nächsten Schritt weitermachen. So, das nächste, was wir nämlich machen wollen, wir müssen jeden einzelnen Abschnitt in einen extra Diff-Container packen. Und was meine ich mit Abschnitt? Zum Beispiel müssen wir, um später sehen zu können, wie weit wir in einem gewissen Bereich gescrollt haben, müssen wir jetzt sagen, dass Kapitel 1, also das hier, diese ganzen Abschnitte umfasst. Was heißt, diese ganzen Elemente hier, H2-Tag, H4-Tag, diesen P-Tag, diesen P-Tag und diesen P-Tag, diesen H4-Tag, diesen P-Tag, diesen P-Tag und diesen P-Tag. Was heißt, diese ganzen Elemente sollen später in einen Diff-Container zusammengefasst werden. Das gleiche gilt aber auch für die Absätze. Was heißt, wir müssen jetzt hier drin in unserem Text Diff-Container generieren. Natürlich könnte man das Ganze auch über einen PHP-Code lösen, wenn man die Seite generell aufbaut. Allerdings, wenn man das zum Beispiel mit WordPress nutzen möchte oder mit einem What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, einem anderen CMS-System, dann wird es problematisch. Und so ist diese paar Zeilen JavaScript deutlich einfacher zu bauen. Das heißt, das erste schreiben wir wieder ein Raute-Zeichen, um alle H2-Überschriften auf unserer Seite anzusprechen. Das nächste machen wir mit einer einfachen Each-Funktion. Also für jedes H2-Element auf der Webseite wollen wir das jetzt durchführen. Wenn ihr auch noch andere H2-Elemente habt, wäre es nicht schlecht, weil man hier eventuell auch eine Klasse vergibt oder noch gezielter wird. In diesem Fall reicht das aber jetzt hier mit. Und jetzt sagen wir hier, okay, ich habe jetzt eine Each-Funktion und für jedes Element möchte ich als erstes einfach nur das Element, was ich gerade anspreche, möchte ich wrap all, also ich möchte es in einen Div-Container verpacken. Und das until, bis das nächste H2-Element halt auftaucht. Das heißt, damit umfasse ich jetzt das H2-Element inklusive allen anderen. Allerdings muss ich auch noch sagen, and save, damit das H2-Element sich selbst auch mitwrappt in unsere Funktion. Jetzt schreibe ich wrap all. Damit umfasse ich jetzt praktisch alle. Und hier sage ich jetzt einfach nur, in was ich es umfassen möchte. Und das dauert jetzt ein bisschen lang. Deswegen kopiere ich mir das mal eben aus meinem Beispiel raus. Zack. So. Und erkläre das mal kurz. Und zwar wollen wir unser gesamtes H2-Element inklusive aller Elemente, die bis zum nächsten H2-Element aufgelistet werden, in einen Div-Container packen. Dieser Div-Container bekommt die ID, die unsere H2-Überschrift hat. Wie wir hier sehen, hat ja jede unserer H2-Überschriften eine ID. Und diese soll praktisch an das Eltern-Element, das neue Eltern-Element weitergegeben werden. Und dieses Eltern-Element bekommt die Klasse scrollPosition, also scrollPos. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das werde ich jetzt gleich nur erklären, weil damit funktioniert später unsere Nährungsfunktion. Das nächste, was wir jetzt machen müssen, damit wir verhindern, dass eine ID zweifach auf der Seite existiert, sollten wir natürlich einfach das Element, was wir gerade haben, da sagen wir, das Attribut ID, soll jetzt einfach zu nichts werden. Das heißt, wir löschen unsere ID raus. Wenn ich das Ganze jetzt hier aktualisiere, wir sehen jetzt hier, wir haben noch die H2-Überschrift, hat noch eine ID. Und es ist noch in keinem Diff-Container drin, außer halt dem Artikel-Tag. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere und hier einfach mal wieder reinklicke, dann sehen wir jetzt hier, oh, wir haben hier einen neuen Diff-Container. Unsere H2-Überschrift hat keine ID mehr. Dafür hat der Diff-Container jetzt die ID. Und ihr seht ja hier schon, dass praktisch jeder unserer zwei Tags jetzt in so einem Diff-Container zusammengefasst ist. Und das ist genau das, was wir wollen. Und genau das müssen wir jetzt noch einmal machen, und zwar mit unseren H4-Tags. Das funktioniert exakt genauso. Wir müssen praktisch nur H2 und H4 verändern, das Ganze wieder abspeichern, hier wieder aktualisieren. Und ihr seht jetzt, wir haben hier noch zwei neue mit Absatz 1, Absatz 2. Und hier drin befinden sich jetzt unsere H4-Überschriften mit unseren drei P-Tags bis halt zum nächsten Element mit den drei P-Tags. Das heißt, jetzt haben wir schon mal eine komplette Struktur aufgebaut, um praktisch die Berechnung vornehmen zu können. Und die kommt jetzt. Diese ist etwas tricky, weil das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist ja nur einfache, ja im Prinzip einfache Elemente finden und zusammenpacken mehr oder weniger. Und jetzt wollen wir eine Nährungsfunktion schreiben, die praktisch uns berechnet, wie dicht unser Element am Viewport, also in der Mitte des Monitors ist. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist sagen, wenn wir scrollen, soll diese Funktion ausgeführt werden. Und das sagen wir einfach mit Windows Scroll. Und dann sagen wir hier Function, das soll nämlich eine Funktion ausgeführt werden. Und diese Funktion schreiben wir jetzt. Das Erste, was wir hier brauchen, ist die Position. Das heißt, Position, wir stellen uns eine neue Variable und die wird per Window Punkt Scroll Top berechnet. Das heißt, jetzt ist unsere Position unsere Position, die wir bisher gescrollt haben. Diese müssen wir aber noch etwas mit einem Position gleich Mass Punkt Round. Was heißt, die müssen wir jetzt noch ein bisschen verfeinern mit einem Parameter, damit wir wirklich immer das Ganze voll scrollen. Was heißt, ich werde das gleich mal demonstrieren, wenn ich hier oben bin, dann ist das hier ja ganz weg. Und wenn ich ganz unten bin, ist das ganz voll. Was heißt, obwohl wir hier oben praktisch unseren Viewport generieren, also etwa auf 10% unserer Monitorhöhe, soll das hier unten komplett zu sein und hier oben komplett leer. Und um das zu schaffen, brauchen wir einfach einen kleinen Parameter, der uns praktisch das generiert, mehr oder weniger. Und das Ganze können wir ganz einfach machen, indem wir sagen, Round Position. Und das Ganze teilen wir jetzt einfach durch den Parameter 0,8 und speichern das ab. So, aber was können wir jetzt damit machen? Theoretisch hilft uns das noch nicht viel. Ich kann das hier einfach mal mit Console Punkt Log ausgeben lassen. Position. Zack, speichere das ab, gehe mal wieder in unser Beispiel, gehe hier in die Konsole und wenn ich scrolle, seht ihr ja, wie sich praktisch hier das auf 0 bewegt. Und wenn ich ganz runter scrolle auf 7.475 und wenn ich hier reinklicke und auf unser Main gehe, dann sehen wir auch da unten, das passt von der Gesamthöhe. Was heißt, das ist schon mal sehr gut, dass das so funktioniert. Aber was hilft uns das jetzt praktisch, die Nährungfunktion zu berechnen? Und dazu brauchen wir die Headline-Klassen, die wir am Anfang vergeben haben. Das heißt, wir sprechen jetzt unsere Headlines an. Das heißt, unsere H2 und H4 Elemente und sagen hier wieder mit Each. Das heißt, für jedes dieser Elemente wollen wir diese Funktion durchführen. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen, Klammern, komplizierter. Und zwar als erstes brauchen wir die Höhe unseres Elementes. Das heißt, wir wollen die Position unserer H2 und H4 Überschriften im Verhältnis zu unserer Seite berechnen. Und das sagen wir einfach mit sys-element-position gleich und dann mass.round. Also das mass.round für alle, die sich fragen, was das bedeutet. Das ist einfach nur, dass wir das ein bisschen runden. Dann kann man ein bisschen schöner die Zahlen später lesen, mehr oder weniger. Das nächste, was wir machen, ist einfach offset und top. Und damit berechnen wir praktisch jetzt einfach die Höhe für unser Element, das wir gerade haben, zur Seitengesamthöhe, mehr oder weniger. Das nächste, was wir brauchen, ist sys-element-height. Das heißt, wir wollen ja die Höhe unseres Elementes berechnen, damit wir praktisch zwei Punkte haben. Nämlich einmal die obere linke Ecke und die untere rechte Ecke unseres Bereiches, den wir hier oben berechnet haben. Also diese Bereiche, diese Div-Container, die wir hier erstellt haben. Und um das zu generieren, um das zu schaffen, werden wir jetzt hier drin praktisch nochmal mit mass.round uns eine zweite Zahl erstellen. Und auch das machen wir ziemlich ähnlich mit sys-element-position. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die Position unseres Elementes und addieren hierzu einfach nur wups, sys-punkt, das müsste parent, also wir wollen das Element ansprechen mit der Klasse scroll-position.height. So, und jetzt erkläre ich mal kurz, was ich hier genau gemacht habe. Das heißt, ich nehme als erstes die Höhe unseres Elementes zur Seite. Das heißt, wo befindet sich unser Element zur oberen, absolut obersten Ecke unserer Website. Das nächste, was ich mache, ich nehme das Element, was ich gerade betrachte und gehe davon in die nächsthöhere Hierarchie-Ebene, also in das parent Element und suche hier nach dem scroll-position Element. Und davon nehme ich die Höhe. Was heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, gucke ich als erstes zum Beispiel bei diesem H4-Tag, gucke ich als erstes, wie weit auf der Seite ist das, also wie weit unten auf der Seite ist das eigentlich, dann gehe ich hoch, suche mir hier das scroll-position Element, also den div-container, den wir da rumgeräppt haben und sage dann einfach, hey, ich möchte das addieren. Und so habe ich praktisch die untere linke Ecke unseres Elementes und halt die obere linke Ecke unseres Elementes und kann so praktisch den prozentualen Scroll-Fortschritt berechnen. Und genau das werden wir jetzt tun. Und zwar werden wir jetzt praktisch noch eine weitere Variable erstellen. Und zwar sagen wir Element. Unser Element ist this, was heißt das Element, das wir gerade mit der Schleife durchgehen. Parent und dann hier wieder scroll-position. Und hier sage ich Attribut ID und das ist unser Element im Prinzip. So, das nächste, was wir jetzt brauchen, ist hier eine kleine, ja praktisch die Möglichkeit, einen, ja den Scroll-Fortschritt zu berechnen. Und das werden wir hier unten bei Funktionen hinschreiben. Und zwar sagen wir hier, wir wollen jetzt eine Funktion erstellen, Positionsberechnungen. So, an diese übergeben wir jetzt die Variablen A, B und C. Und diese sind nicht wirklich schwer aufgebaut. Und wir definieren jetzt einfach nur, wir wollen jetzt ja die Variable Höhe haben. Das heißt, wir wollen die obere x-Koordinate. Das heißt, wir sagen Variable x gleich A minus B. Dann wollen wir den gesamten Scroll-Fortschritt. Das ist einfach C minus B. Und das nächste, was wir machen, ist Variable Width gleich Mass.Round. Ops, Round wird so geschrieben. Und hier wird es jetzt ein bisschen, ein bisschen abgespaced. Das werde ich gleich erklären, was ich hier genau gemacht habe. Mal 100. Weil wir brechen ja den Prozentwert mehr oder weniger. Und if with, also die Weite unseres Balkens, den wir später generieren wollen, ist größer 100, dann soll etwas passieren. Und zwar sagen wir dann einfach with gleich 100. Das heißt, wir wollen ja nicht zusätzlich unsere Schleife in die Länge ziehen. Return. Und dann sagen wir einfach with. Das heißt, wir berechnen hier nur eine Variable, nämlich einen Prozentwert, wie weit wir innerhalb unseres aktiven Elementes, also was gerade im Viewport ist, wie weit wir dort gescrollt haben. Und dementsprechend soll praktisch dann später dieser Balken, der Balken später animiert werden nach links und rechts, um dann halt die 100 Prozent zu symbolisieren. Aber wie können wir jetzt mit dieser Scroll-Position arbeiten? Wir übergeben ja noch nichts an diesen Wert. Und das Erste, was wir machen, ist eine Schleife, also eine Weiche aufzubauen und dann sagen wir einfach this element position, also ist die Position unseres Elementes, das wir gerade betrachten, kleiner als die aktuelle Position unserer Website, also unseres Viewports mehr oder weniger. Dann soll etwas passieren und zwar sagen wir in unserer Navigation, ich kopiere mir das mal eben rüber, zack, und zwar sagen wir in unserer Navigation wollen wir das Children Ansprechen Menü, da drin wiederum die Children Menü Items und suchen dann hier praktisch unser Element mit der Klasse unseres Elementes, das wir hier oben bestimmt haben. Das heißt, das Element, die Headline, die wir gerade betrachten, soll dann praktisch hier auch betrachtet werden in dem Menü. Dann sagen wir die Weite unseres Spans, weil praktisch dieses Element, dieses Children, das ist hier unser Span, das heißt, wir sprechen jetzt zum Beispiel hier die Klasse Absatz 1.1 an, wenn wir hier diesen H4 betrachten im Prinzip und können dann diesen Span verändern, indem wir hier die Weite mit unserer Positionsberechnung berechnen und mit einem Prozentwert halt festlegen. Und hier an die Positionsberechnungsfunktion, die wir hier unten erstellt haben, kann ich mal reinkopieren, haben wir hier praktisch Position, übergeben wir als A, dann Sys Element Position, also die Höhe unseres aktuellen Elementes zur Gesamtseitenhöhe, das ist B. Und dann sagen wir dies, also die Höhe unseres Elementes ist C. Und das erste berechnet uns praktisch, wie schon gesagt, die obere X-Koordinate unseres Elementes, das wir gerade betrachten. P ist die untere Koordinate unseres Elementes, das wir gerade betrachten. Und damit können wir, wenn wir das Ganze miteinander teilen und mal 100 nehmen, das Verhältnis berechnen, wie weit wir praktisch gescrollt haben. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, so wie es hier ist, dann sollten wir jetzt hier drin auch schon was sehen. Und zwar sehen wir irgendwie nichts. Warum nicht? Hier ist irgendwo was falsch. Parent ist noch Not a Function in 55. Wo ist es? Natürlich, so muss es geschrieben werden. Das ist ein kleiner Rechtschreibfehler drin gewesen. Aktualisieren wir mal das Ganze. Und Mess habe ich auch irgendwo falsch geschrieben. Hier unten ist es falsch. Mess. So, und jetzt aktualisieren. Jetzt funktioniert es. Und jetzt seht ihr hier schon, wenn ich runter scrolle, geht es da runter. Und wenn ich hoch scrolle, geht es hoch. Aber ihr seht jetzt hier, hier stimmt noch irgendwas nicht. Was heißt, hier sind irgendwie die Werte, die gehen nicht ganz fertig. Die sind nicht so ganz richtig. Und das müssen wir jetzt noch beheben. Und zwar sagen wir jetzt hier im Prinzip nur, wenn unser Element, das wir gerade, also wenn das Element, was wir gerade betrachten, die Position größer ist als die Scrollposition, soll das passieren. Aber wir wollen das auch machen, wenn das praktisch nicht dieser Fall ist. Was heißt, in dem Fall wollen wir exakt dasselbe machen, mehr oder weniger. Nur, dass wir, wobei, wenn ich gerade überlege, vielleicht habe ich mir gerade selbst schwer gemacht, dass ich das hier rauslösche, aktualisieren. Wenn ich scrolle, ja, jetzt funktioniert es auch so. Ich habe mir vorhin anscheinend selbst einen Gedankenfehler eingebaut in mein vorgefertigtes Skript. Das heißt, genau, wenn wir das praktisch so schreiben, können wir unsere Position berechnen. Und wenn ich jetzt runter scrolle, verhält sich halt diese Absätze, je nachdem, wie weit ich gescrollt habe. Und das Schöne ist, dadurch, dass das hier komplett variabel generiert wird, kann ich einfach zum Beispiel diesen Absatz hier, zum Beispiel wollen wir jetzt in unserem ersten Kapitel noch einen dritten Absatz hinzufügen, dann sage ich hier einfach nur Absatz 3, Absatz 3, füge ich hier oben noch einen neuen Menü-Item hinzu. Das heißt, ich sage jetzt hier einfach 3, 1, 3, so. Hier sage ich 3 und hier sage ich 1, 3 und fertig. Speichere das Ganze ab. Dann haben wir hier einen neuen Menüpunkt. Ich kann runterscrollen und habe einen zusätzlichen Menüpunkt geschaffen. Das heißt, ihr könnt unendlich viele Punkte hier anmachen. Die können unterschiedlich lang sein. Ihr könnt dann einfach runterscrollen, habt euren Text und könnt im Prinzip wunderbar sehen, wie man an der Seite hoch- und runterscrollt. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, Fragen, Probleme oder Anregungen für neue Videos habt. Und in der Videobeschreibung findet ihr einen Twitter, einen Facebook-Link, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt. Ansonsten findet ihr dort auch einen Amazon-Affiliate-Link, wenn ihr diesen Channel mit 1, 2 Euro unterstützen möchtet. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis bald. Ciao.